Samstagabend und bei wunderbarem Wuppertaler Herbstwetter stehen wir auf einer der Wuppertaler Kulturinseln. Links das Kino, rechts das Schauspielhaus. Eine dieser beiden Kultureinrichtungen steht in der Gefahr, in Kürze geschlossen zu werden. Wir gehen jetzt mal in die andere rein und fragen, warum die Leute gerade dahin gehen. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich euch kurz eine Frage stellen? Ja. Ja? Und zwar würde ich gerne fragen, ihr geht ja heute ins Kino, was wollt ihr euch anschauen? Was guckt man denn jetzt? Ich einfach und verbessere mich. Wie heißt der Film immer? Inception. Inception wollt ihr euch angucken? Eat, Pray and Love. Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. Der ursprüngliche Plan war, äh, äh, Papa? Äh, wie durch ein Wunder. Was wollen Sie sich angucken? Goethe. Goethe. Das heißt, Sie sind durchaus kulturaffin, ja? Etwas, ja. Ähm, Sie werden ja bestimmt gehört haben, dass das Schauspielhaus vor einer drohenden Schließung steht. Unter anderem, weil so wenig Leute das besuchen. Nee, hab ich noch nicht gehört. Haben Sie noch nicht gehört? Das Wuppertaler Schauspielhaus steht in der Gefahr, nächstes Jahr geschlossen zu werden. Ähm, wie ist das? Warum gehen Sie jetzt heute ins Kino und nicht ins Theater? Das ist eine gute Frage, wenn das irgendwie gar nicht zur Wahl steht. Wie älter bin, gehe ich auch ins Theater. Wenn du älter bist, gehst du ins Theater. Ah, okay. Tja, gute Frage. Wir wissen gar nicht, was im Theater läuft. Ja. Im Kino gibt's ja auch mehr Werbung. Ich weiß gar nicht, was im Schauspielhaus läuft oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich viel mehr Werbung oder so. Mutter hat kein Programm gefunden. Ist das richtig? Ja, ich hab gesucht. Ich hab nichts gefunden. Außer Pina Bausch. Man kennt das Programm nicht. Man weiß nicht, was läuft. Egal, wo man hinguckt. Filme. Es wird viel mehr über Filme gesprochen. Weniger über Theater. Es sei denn, man beschäftigt sich oder man interessiert sich für Theater. Ehrlich gesagt, haben wir auch nicht geguckt. Da hab ich auch nicht geguckt, was im Theater läuft. Wenn ich Ihnen jetzt zwei Freikarten schenke für die Theatervorstellung heute Abend, würden Sie dann ins Theater gehen statt ins Kino? Was läuft denn da? Kommt drauf an, was für eine Vorstellung das ist? Keine Ahnung. Das müssen wir nochmal überlegen. Läuft. Da läuft heute eine Billion Dollar. Was heißt das? Das ist ein Theaterstück nach einem Roman. Da geht es darum, dass ein junger Amerikaner, jetzt ganz kurz zusammengefasst, plötzlich eine Billion Dollar erbt. Okay. Sagt jetzt nicht so viel höher die Handlung aus, aber klingt erstmal nicht schlecht. Hätte ja jeder gerne. Ja, was meinst du? Ja, können wir mal ausprobieren. Also würdet ihr dann den Plan umschmeißen und stattdessen ins Theater gehen? Ja. Ja, okay. Ja, wunderbar. Dann viel Spaß im Theater. Aber zwei Karten. Selbstverständlich. Kriegt ihr keine Ärger, wenn ihr das hier im Kino macht? Und, was versprecht ihr euch? Großes Entertainment. Alles klar. Großes Entertainment. Wir sind sehr gespannt. Wie hat es euch denn gefallen? Ungewohnt. Also, ich kann es verstehen, dass es eine Unterhaltungsform ist, die vor dem Aussterben bedroht ist. Ja, das kann ich durchaus nachmachen. Ich fand es toll. Du fandest toll? Ja. Mir hat es sehr gut gefallen. Also bereuen Sie nicht, nicht ins Kino gegangen zu sein heute? Nein, auf keinen Fall. Ich bin für so eine unverhofften Überraschungen. Ach nee, ich bereue es nicht, weil ich mir eine Erfahrung reicher geworden bin. Ich kann jetzt sagen, warum ich nicht reingehe. Das ist ja immerhin auch eine Erfahrung, die ich jetzt auch noch umsonst gemacht habe. Aber ja, ich weiß nicht, ob es am Stück lag oder so, aber ist jetzt nicht ganz so meins gewesen. Man ist ja nah dran an den Schauspielern. Und heute, das Stück war natürlich auch sehr präsent von der Körperlichkeit, sag ich mal. Also das fand ich schon sehr imposant. Die haben ja ihren vollen Einsatz gegeben mit dem Körper. Und das kriegt man mit als Zuschauer. Aber das geht natürlich dann auch nah. Im Film kann man ja immer sagen, es ist Film. Aber das ist ja nah. Und das ist das Schöne da dran. Also es ist zu abstrakt. Also jetzt auch mit dem Bühnenbild und sowas, das versetzt mich jetzt nicht in die Lage, dass ich jetzt mit der Story richtig mitwachse, dass ich mich hineinversetzen kann. Und das hat mich jetzt alles nicht so... Also Hut ab von der künstlerischen Leistung. Die ist mir halt genauso hoch wie bei einem Film. Aber ist mir zu abstrakt. Ja, es ist halt was anderes. Man kann es mit Kino nicht vergleichen. Aber Kino kennt man halt. Man weiß, worauf man sich einlässt. Und das war schon auch sehr interessant. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Zwei Leute waren direkt nach der Vorstellung weg. Ob vor Begeisterung oder Enttäuschung, ich weiß es nicht. Die anderen haben sich sehr interessant geäußert zu diesem kleinen Experiment. Und ich habe eine Menge Fragen, die ich jetzt mit dem Intendanten noch besprechen kann.